In unserer neuesten Folge von On the Pitch, der Sportpodcast, geht es heute um wahrliche Revolutionen im Sport. Wir nehmen Abschied von Dick Fosbury, dem Erfinder des Fosbury-Flops und der Technik, die Hochsprunglatte in der Leiter, den Dick mit dem Rücken zu überqueren. Dick Fosbury ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Er machte sich unter anderem dadurch bekannt, dass er 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexiko mit dieser neuen Technik die Weltspitze verblüffte und schon vier Jahre später in München das fast gesamte Teilnehmerfeld seine Technik adaptierte, die bis heute ja Anwendung findet. Zu vergleichen ist das vielleicht mit Jan Bocklöff, dem Revolutionär im Skispringen und derjenige, der zufälligerweise den V-Stil entdeckt hat, der natürlich auch heute noch in der Weltspitze Anklang findet. Und genau diese Technik ist es auch, die am Wochenende den Rahmen geboten hat für das erste Damenskifliegen der Geschichte in Wickersund. Genau darüber werden wir sprechen und viele andere Sportthemen in der neuesten Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Wir sehen uns beim nächsten Mal.